Die ganz große Mehrheit der Bevölkerung hat kein Vertrauen in diese Regierung. Sie hat keinen Kanzler, der irgendwie führt. Wir haben hier heute, glaube ich, den 11. Januar, oder 12., was auch immer, der Kanzler, ich habe bis heute, ich habe den dieses Jahr noch gar nicht wahrgenommen. Also dieses Land ist in Unruhe, den selten. Ich spiele den Kanzler da immer vor. Und ich habe ihn dieses Jahr bei noch gar nichts wahrgenommen. Seine Neujahrsansprache, die hätte man in jedem anderen Jahr der letzten 20 Jahre auch abspielen können. Die hat überhaupt nichts beinhaltet. War unter Hemmung Kohl nicht anders und bei einer März auch nicht anders. Mag doch sein, aber ich rede jetzt darüber, wie die Zeit im Land gerade jetzt ist. Und dieses Land braucht eines mehr denn je. Das ist politische Führung. Eine Regierung, die eine Idee davon hat, wo sie mit diesem Land in der Krise und auch in diesem Jahrzehnt hin will. Stattdessen gibt es jeden Tag Streit und einen Kanzler, der nicht zu sehen ist.